Oh, Wahnsinn! Oh, Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen, das ist irgendwas vom Alter. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Kannst mich aber trotzdem durchziehen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Sie sind die Revierpfleger, wie ist das? Revierleiterin vom Huftierbereich. Also im Huftierbereich. Und das sind ja die Goldtackinen, wo Sie jetzt zwei Junge dieses Jahr, diesen Monat, erhalten haben. Genau. Wie kriegen Sie mit, die Tiere können ja schlecht reden oder Ihnen eine Titel schreiben, dass sie schwanger sind. Es ist so, dass die ja saisonal Paarungszeiten haben, wo man einfach sieht, das Männchen ist interessiert an den Weibchen, steigt hinterher, irgendwann bleiben die Mädels stehen, werden dann begattet. Dann lässt das Männchen meistens wieder von denen ab, dann ist erst mal Ruhe, da passiert gar nichts. Bei den Goldtackinen ist es auch so, dass die Weibchen sich halt ständig untereinander immer zu Streitereien haben. Also wir haben ein rangniedriges Tier, ein ranghohes Tier und das hohe Tier ist halt immer ständig dabei, das rangniedrige Tier wegzuscheuchen und die hat immer einen Platz draußen. Und wenn das, sag ich mal, so ganz normal läuft, jetzt war es ungefähr drei Wochen vor der ersten Geburt so gewesen, dass die Weibchen vermehrt zusammenstanden. Dass das ranghöhere Tier den Kontakt gesucht hat zu der rangniedrigen, die standen zusammen, hat so ein bisschen den Kopf auf den Hintern aufgelegt. Das ist halt total unnormal bei denen, so fürs Alltägliche. Und da habe ich mir halt schon gedacht, okay, das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Und dann würde ich zwei Wochen später, war es dann da gewesen. Das ist ja nur von der Jahreszeit ein bisschen ungewöhnlich. Wir hatten ja vor 14 Tagen, drei Wochen noch minus 20 Grad. Dass man jetzt als Tier, so sagt man sich da eigentlich, man passt sich der Natur an, wenn es kalt ist, wirft man die, weil man muss sich ja um die Jungtiere kümmern. Macht das diesen Goldtackinen nichts aus? Den macht es gar nichts aus. Die kommen in sehr hohen Lagen vor, wo auch Minusgrade herrschen. Die Jungtiere sind auch schon dementsprechend befällt einfach. Die haben da überhaupt gar nichts zu befürchten, was die Kälte angeht oder den Schnee dann halt auch. Und da sind andere Tiere anders, die da zum Beispiel, also Känkerus beispielsweise, die gucken nach Nahrungsgründen. Wenn die da mal nichts finden, dann steuern die das selber vom Körper aus, dass sie sagen, okay, erst in zwei Monaten kommt das Jungtier. Aber bei denen taggenreifend ist es total, das kommt wie es kommt. Die sind anspruchslos. Genau, haben ihre Paarungszeit. Die leben in welchem Gebiet? In China. In China. Was haben die für natürliche Feinde? Die Jungtiere haben bloß den Schneeoparden zum einen, aber die Mütter sind sowas von aufmerksam, also da kommt so schnell kein Beutegreifer ran. Und die sind halt auch sogenannte Buschbrecher. Also wenn denen was im Weg steht oder die für irgendwas Schiss haben sollten, was halt ich sehr selten vorkommt, dann rammeln die dort durch und da kommt kein Tier ran. Also wenn mir mal einer im Wald entgegenkommt, sollte ich doch rüber gehen. Dann sollte man gehen. Ja, das kann böse enden. Das wie viele Jahr haben die jetzt die Nachzucht? Das dritte Jahr jetzt. Das dritte Jahr. Und hier gibt es auch keinen Stopp, dass irgendjemand mal sagt, das darf nicht weiter nachgezüchtet werden, wie es ja bei anderen Tieren so ist. Also bei Goldhaken sind sie einfach sehr bedroht und da sind wir bei jeder Nachzucht glücklich, wenn da was passiert. Könnte man diese noch auswildern, diese Jungtiere? Oder sind die schon zu sehr an die Zivilisation gewöhnt, dass es eine Auswilderung, wenn man doch sagt, sie sind bedroht? Na, dadurch, dass man ja die Mutter, also die Elterntiere einfach hier mit hat und die ja auch in diesem Besucherverkehr sind, die sind ja komplett, kriegen die ja alles mit, was hier Mensch angeht. Wenn, dann müsste man das von Anfang an anders strukturieren, dass man sagt, man hat große Anlagen, man hat große Flächen, wo die gar nichts weiter mitkriegen, dann könnte man sowas machen. Aber, und die Jungtiere, klar, man könnte sie jetzt wegnehmen und dann hier, dann müsste man sie halt auch per Hand aufziehen und dann wird auch nichts wiederum mit der Auswilderung, also bei unserem Fall ist es nicht möglich. Also rein von Zürich. Dann danke ich Ihnen und viel Erfolg. Danke.